Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten und leisesten Säuleventilatoren 2021 vorstellen werde. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den Bioner Silent Column Fan BT19 gewählt. Dieser Standventilator wurde entwickelt, um die Hitze auf leise und diskrete Weise zu bekämpfen und erfüllt seine Aufgabe perfekt. Dies dank seines minimalen Designs, seiner diskreten Gestaltung und seiner beneidenswerten Leistung. Praktischerweise ist er mit einer Fernbedienung ausgestattet, mit der Sie ihn aus der Ferne steuern können. Im Gegensatz zu anderen Geräten bestimmen Sie die Ventilationsleistung und den Geräuschpegel selbst. Zusätzlich zu seiner Fernbedienung verfügt dieses Modell über ein LED-Display, das Ihnen alle Details im Betrieb des Geräts anzeigt. Es ist leicht zu bewegen und ermöglicht es Ihnen, in jedem Raum Ihres Hauses von frischer Luft zu profitieren. Dank seines großen Oszillationswinkels kann er sowohl in großen als auch in kleinen Räumen eingesetzt werden. Obwohl das Gerät wegen der Komplexität seiner Installation kritisiert wird, ist mit der Anleitung alles einfacher. Beachten Sie auch, dass es sich um ein ökonomisches und ökologisches Gerät handelt. Im Grunde genommen beschweren wir uns mit diesen technologischen Juwelen nicht mehr über die Hitze. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos, denn dort stehen Ihnen alle anklickbaren Links zur Verfügung. Auf Platz 3 haben wir den AGO Star Eiffel 33 JTT Tour QuietZ QuietTower Fan gewählt. Wenn es um die besten leisen Säuleventilatoren geht, ist es schwer, dieses Modell von AGO Star zu übersehen. Er ist in der Tat ein echter Erfolg auf allen Ebenen. Sein schlichtes Design und seine ovale Form machen ihn zu einem echten Schmuckstück. Was seine minimalistische Größe betrifft, so handelt es sich um ein unsichtbares Gerät für Ihr Wohnzimmer. Was die praktische Seite angeht, so ist dieses Gerät mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der für eine weiche und frische Luft dort. Außerdem kann er dank seines Oszillationswinkels von 70 Grad einen großen Bereich des Raums erreichen. Wie das Vorgängermodell ist auch dieses Gerät mit einer Fernbedienung ausgestattet, die Ihnen die Arbeit erleichtert. Was die Kühlleistung dieses Luftkühlers anbelangt, so entscheiden Sie selbst, wie stark der Luft rum ist. Und das, ohne dass das Gerät laut wird. Obwohl die Oszillation von weniger als 90 Grad kritisiert wird, ist dieses Modell ideal für kleine und mittelgroße Räume. Auf Platz 2 haben wir den Honeywell HYF290 E4 QuietZ Silent Column Fan gewählt. Dieser leise Ventilator wurde entwickelt, um sie vor der Hitze zu befreien, ohne dabei Geräusche zu machen, und ist ein Wunderwerk in dieser Hinsicht. Sein Hersteller hat wirklich an alles gedacht, um ihn zu besten zu machen. Das gilt zum Beispiel für das Design, das mit seiner eleganten schwarzen Farbe sehr ansprechend ist. Ebenso beneiden wir ihn um seine Oszillation von 80 Grad, die für ein Gerät dieser Größeordnung zufriedenstellend ist. Was die Ausstattung betrifft, so ist dieses Gerät eines der praktischsten und preiswertesten auf dem Markt. Das liegt an seinem LED-Display, seiner Fernbedienung und seinen verschiedenen programmierbaren Funktionen. Mit diesem Gerät haben Sie im Grunde genommen alle Freiheiten bei der Nutzung seiner Option. Wenn Sie ein stiller Mensch sind, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Was die Leistung anbelangt, so liegt es wieder einmal an Ihnen zu entscheiden, wie viel Strom Sie wünschen. Cool, nicht wahr? Und das ist noch nicht alles. Im Gegensatz zu anderen Geräten dieser Klasse ist dieser preiswerte Ventilator energieeffizient. Mit anderen Worten, mit ihm können Sie sich abkühlen, ohne die Bank zu sprengen. Obwohl er für seine Schwäche in großen Räumen kritisiert wird, enttäuscht er in kleinen und mittleren Räumen nicht. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, durch Anklicken der Links in der Beschreibung dieses Videos erhalten können. Auf dem ersten Platz haben wir den Rowenta VU6670 F0 Silent Column Fluorfan gewählt. In dieser ersten Position haben wir es mit einem Säuleventilator zu tun, der gleichzeitig kompakt, leicht und diskret ist. Im Gegensatz zu einigen seiner Konkurrenten hat dieser minimalistische Aspekt ihn nicht daran gehindert, effizient zu sein. Er hat nicht nur einen großen Schwenkbereich von 180 Grad, sondern verbreitet auch einen harmonischen und starken Luftstrom, um die Hitze zu bekämpfen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass er sich leicht verschieben lässt. Sie werden also keine Probleme haben, den Raum zu wechseln, wenn Sie unterwegs sind. Auch in puncto Praktikabilität haben Sie an diesem Wunderweg nichts auszusetzen. Es ist nämlich mit einer Fernbedienung mit integriertem Speicher ausgestattet. Außerdem hat der Hersteller an eine Zeitschaltuhr gedacht, mit der sich der Ventilator nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet. Wenn Sie die Nase voll haben von schweißtreibenden Nächten, werden Sie Ihre Momente mit dieser Säule lieben, die einem Modell der obere Preisklasse nichts nachsteht. Auch wenn sie etwas teuer kritisiert wird, ist das nicht im Vergleich zu all den Vorteilen, die sie bietet. Nun lade ich Sie ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um die vollständigsten technischen Eigenschaften zu erhalten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben. Wenn Ihnen dieses Video bei Ihrer Wahl geholfen hat, dann lassen Sie doch ein Like da. Es tut uns wirklich gut und abonnieren Sie den Top Tech-Kanal, um über weitere Videos informiert zu werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es war Top Tech. Ciao, ciao.